Heute, am 1. Oktober, war ein wunderschöner Sonnenaufgang. Super, mein Ziel heute ist nämlich der Engenberger Herbstmärkte. Auf der Strasse der Rauf stand eine Warntafelle. Achtung, Viehabzug. Ja sag, die kommen mir jetzt gerade recht. Ich habe schon lange kein Cent mehr gesehen. Ich habe schon lange kein Gy Spark bow, Das war's. 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 Das war's.